Mein Name ist Ottmar Schmidt und komme aus Kodenthal, München, bei Stuttgart. Wir kommen seit 1998, 1. März, zu einem Dr. Hochling in Behandlung. Ich, wegen meiner Fasio-Scapul-Humerale-Muskulistrophie, bevor ich zu einem Doktor kam, bin ich am Tag 7 bis 8. Mal, wie vom Blitz getroffen, hingefahren, ohne das Bewusstsein zu verlieren, bei klarem Kopf. Herr Dr. Hochling hat auch meine Frau behandelt. Sie hatte Lebensmittelallergie. Innerhalb von drei Tagen konnte sie wieder alles essen und hatte keine Schwierigkeiten. Nur aufgrund dessen hatte ich dann auch Vertrauen, dass er mir auch helfen kann. Ich stellte ihm sogar die Frage, Herr Doktor, können Sie mir überhaupt helfen? Hat er gesagt, ja, aber bei Ihnen dauert es. Und tatsächlich, so war es, nach der 5. und 6. Behandlung, erst, wurde mein Hinfahren immer weniger. Ich habe auch genaue Statistik darüber geführt und ich muss sagen, seit 17. Juni 2008 bin ich nicht mehr hingefahren. Also, in dieser Richtung hat der Dr. Hochling mir sehr viel geholfen, denn ich bin vorher auf den Treppen einfach reingeknickt, heruntergestürzt, mit dem Kopf gegen Betonwände, in der Tiefgerade gegen Betonstütze, mit dem Hinterkopf. Also, ich muss sagen, mir hat er in dieser Hinsicht, was ist plötzlich irgendwie vom Blitz getrockene Fallen, sehr geholfen, bei Heilpraktikern. Er hat nun gewandert und viel Geld hinterlassen, ohne Erfolg. Während bei Herrn Doktor war es, wie ich gesagt habe, innerhalb von drei Tagen konnte sie wieder alles essen, ohne Schwierigkeiten zu haben. Allerdings sind wir anfangs so zwei-, dreimal im Jahr, viermal gekommen, beim zweiten Jahr wurden wir zweimal, aber immer wieder mal, um es gefestigt zu, diesen Zustand zu behalten. Der Hausarzt hat bei mir Alpströmmel festgestellt und der Doktor hat dann festgestellt, ich habe Patentum. Er hat nur meine Hand gedreht, nichts anderes. Das Hand gedreht und dadurch festgestellt, dass er eine leichte, rechtzeitige, beginnende Parkinson-Krankheit hat. Und die Medikamente, die Spritzen haben, offensichtlich zieht. Er hat dann auch gesagt, wir sollen sofort zu unserem Neurologen gehen, damit er sie auch untersucht. Untertitelung des ZDF, 2020